So, zusammengebaut ist sie, die ersten Funktionstests habe ich gemacht mit der Feinwebbar 65. Jetzt machen wir mal einen Krone-Test und schauen, wie gut das Ding schießt. Sicherheitsbrille nicht vergessen. Moment, sie ist ja noch gar nicht eingeschossen. Die Visierung wird wahrscheinlich irgendwo hinziehen. Für das erste Einschießen tut es ein alter Karton. Ich zeichne mir hier den Mittelpunkt an. Ich schieße für das erste Mal aus circa zwei Metern Entfernung, um zu sehen, wie weit die Visierung jetzt einmal nicht passt. Okay, wie man sieht, ist die Feuerjastierung nicht schlecht, aber sie ist ein bisschen hoch. Wir machen das Ganze jetzt aus, sagen wir mal, fünf Meter Entfernung. Ja, wie man sieht, das kommt etwas hoch. Daher werden wir hier. Hier gibt es die Einstellungen, sind auf der Kamera sicher schlecht zu sehen. Bei hoch drehe ich im Uhrzeigersinn, bei Tiefschüssen drehe ich gegen den Uhrzeigersinn. Und ich werde einmal so, sagen wir mal, zehn Klicks bei hoch nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir schauen, was passiert. Und wir schauen, was passiert. So, der Schuss war jetzt höher. Hier, obwohl ich die Visierung tiefer eingestellt habe. Das kann am Anfang durchaus damit zu tun haben, dass sich das System erst einläuft und von Schuss zu Schuss besser und konstanter wird. Wir machen einfach weiter. Ja, der war schon deutlich tiefer. Wir werden das jetzt noch ein bisschen nachjustieren. Bei Hochschuss machen wir noch einmal zehn Klicks. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich verwende allerdings diese Linksgriffpistole wie eine Rechtshänderpistole. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Links. Da hat sich jetzt nicht signifikant viel getan. Wir werden das gleich noch ein bisschen runterdrehen. Wir schauen, was passiert. Wir schauen, was passiert. Das ist die Wunderpistole. Das ist die Wunderpistole. Sie schießt immer genau in ein Loch. Wie man sieht, das zweite von oben ist schon ziemlich ausgebeult. Wir drehen einfach einmal weiter. Bei Hochschuss, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein bisschen tiefer ist das jetzt. Ich werde jetzt gleich noch weiter drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, natürlich schießt sie auf den Punkt. Der Treffpunkt kann sich trotzdem jetzt immer wieder noch ein bisschen verändern. Und wir werden das jetzt gleich einmal auf zehn Meter probieren. Und dann geht es an den Krone-Test. Ich stehe jetzt auf zehn Meter und wir schauen uns das an, wie weit wir vom Ziel entfernt sind. Ich werde mir da noch zusätzlich einen zweiten Punkt machen. Die Pistole schießt horizontal komplett korrekt. Das ist ein gutes Zeichen. Lediglich durch die Höhenverstellung haben wir jetzt eine ganz gerade Linie. Es geht jetzt dabei nicht so sehr darum, dass wir jetzt hundertprozentig immer ins Schwarze treffen, aber dass die Visierung jetzt einmal grob voreingestellt ist, damit wir beim Krone-Test nicht unser Krone abschießen. Um zu sehen, ob sich das meiste Fett jetzt aus dem Lauf heraus geschleudert hat, werde ich jetzt auf kurze Distanz noch einen Schuss abgeben auf die Scheibe. Denn dann sieht man am Karton, ob hier noch Spritzflecken vom Fett sind. Und falls das so ist, müssen wir halt noch ein bisschen weiter schießen, bis das komplett heraus ist. Ansonsten können wir mit dem Krone-Test schon beginnen. Das Fett dürfte ziemlich heraußen sein. Das war 127,1. Der R-Rohr ist wahrscheinlich eine Folgeerscheinung von meiner Kamerabeleuchtung. Wir lassen uns aber davon nicht stören. 25,6. Das ist jetzt der R-Rohr. 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 Tiefste Wert bei 124,5 der höchste bei 130,7 der Durchschnitt bei 127,8 die größte Spreizung ist bei 6,15 m pro Sekunde und wir haben eine Konstanz von 1,73 und was ganz gut ist, das ist die Standardabweichung das ist schon einmal von Anfang ein recht guter Wert ich habe jetzt gute 50 Schuss durch jetzt wird es Zeit einmal den Lauf gründlich zu putzen ich verwende dazu diese Boresnake hat den Vorteil, wie man hier gleich sehen wird ich habe an dieser Pistole keinen geraden Zugang zum Lauf dementsprechend wird man es schwer tun wenn wir da jetzt mit einem Stab durch wollten wir müssten mündungsseitig rein und das ist nicht so gut für die Mündung ich stecke hier dieses Gewicht rein dieses Gewicht zieht die Schnur bis ans Ende des Laufs wo ich sie dann wieder rausziehe und ich ziehe die Schnur jetzt einfach durch ich verwende da keinerlei von Fett oder Ähnlichem bei den Luftdruckwaffen und ziehe das einmal durch dadurch dass die Schnur an dieser Seite recht dick ist nimmt das Gewebe so ziemlich alles mit was da jetzt nicht hineingehört und das war es auch schon Alles klar Feinwerkbau 65 Linksgriff mit der rechten Hand geschossen Schaut doch ganz gut aus Feinwerkbau 65 Dabbling Ich habe hier noch zwei und ich bin jetzt wieder mit der Halt mit der und mit der Halt und mit der Halt mit der Halt mit der Halt mit der Halt mit der